Jo, jetzt zurück zu Dead Space. Wir wollen jetzt zum VIP-Shuttle. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich klappen wird. Wir haben letztes Mal diesen Kern aus dem anderen Shuttle, beziehungsweise aus dem Schiff geholt. Mal gucken, ist das die richtige Richtung? Man weiß es nicht. Es könnte auch hier lang gehen. Nein, wir gehen da lang. Naja, mal gucken. Also müssen komplett zurück, denke ich mal. Ich würde das mittlere gerne nochmal anschauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir hier lieber ein Mais drin waren. Ja, drin waren wir schon, aber... Ja, mein Junge. So geht das nicht. Ah ja, hier brauchen wir auf gar keinen Fall mehr rein. Jutti. Kann man hier was freischießen? Hm, nee. Hm, nee. Hm, nee. ich weiß ja ich gesagt nicht wollen wir nicht auch mal normal die zweite ich weiß es nicht wir machen mal story also dahin ist das board und dahin ist das shop ich hoffe dass wir uns jetzt hier im nerven bank drei okidoki so und hier drüben drin ist doch der shop das ist ein neues für ein 10er alter ok dollalalala haben wir hier oh ist das gleich wird das gleich aktiviert oder was oder haben wir das jetzt noch im equipment inventar da ist es noch ok 10er was gibt es denn noch wir haben ja hier noch nice upgrades und so 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 Das könnten wir mal finden ordentlich. Genau, wir wollen weiter. Genau, wir wollen. Oh, up. Das ist schon dein Ernst. An und für sie ist das Ding ganz geil. Aber auch ein bisschen lange. Und die Soundkulisse machen einfach keinen Spaß. Tja, der gute Monoray-Tunnel. Aber... Wollen wir rüber dann oder was? Das kann ja nur das Ziel sein, dass wir da reinkommen. Oder können wir drüben... Müssen hier durch. Okay. 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 Okay, habe ich überhaupt nicht gesehen, Junge. Ich war komplett blind durch die Bude. Untertitelung des ZDF-шeminisch. Isaac, ich verliere dich. Irgendwas auf dem Besatzungsdeck stört wohl das Signal. Ich weiß, was dieses etwas ist. Wenn der Marker aktiv ist... Scheiße! Das Besatzungsdeck ist abgeriegelt, aber die Deckleitung hat vielleicht einen Schlüssel. Letzter Aufenthaltsort war der Sportbereich. Wie lange dauert es, den Singularitätskern im Shuttle zu installieren? Nicht lange. Wenn mich niemand aufhält. Hau rein! Wir dürfen Ihnen den Marker nicht überlassen! Hau rein! Oh! So, was haben sie gesagt? Hier hinten durch, durchs... Also, VIP ist erst mal gegessen. Wir wollen jetzt hier weiter uns durch das Besatzungsdeck hangeln, ne? Oh no! Alter, euer Ernst? Was ist denn hier los? Hm. Können wir ja mal ausrüsten, oder? Gegen... 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 ok geht's noch was denn hier passiert nur mal aufmachen dass ich irgendwas spezielles hatte nicht mehr was haben wir denn auch nichts für dollalalalas na wir wollen auch hier lang das ist natürlich noch nicht so sinnreich alle down ey was ist passiert hier ist sie was brauchen wir dafür super kompletter super wieso sicherheitskarte erforderlich schlüsselkarte zero g fitness freigabe bestätigt weiter ingenieur slick ok ja verschreckt mich nur wenn das immer auf ihrer seite ne strom also hier warum wissen strom da können wir weiter wir können aber hier nochmal reingucken gemeinschaftsrahmen sind wir bald einmal rum oder aber wir sind von hier gekommen oder schlägerlosigkeit aktiviert wir sind Der hat gestartet. Stoffe 4. Treffer. 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 Treffer! 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 Game over. Schwerelosigkeit deaktiviert. So, der Motor, der schwebt ja da hinten rum, oder? Schwerelosigkeit aktiviert. Schwerlosigkeit aktiviert. Schwerlosigkeit deaktiviert. Schwerlosigkeit deaktiviert. So, das ist einer und ist ja einer mit reingekommen. Ja. Ja. Schlüsselkarte Das Ding da unten, okay, gut Aber es gibt ja eigentlich noch unten Zwei Türen, oder? Das eine war der Fahrstuhl, das andere ist noch eine Tür Okay, wir haben hier schon mal nehm Okay, wir haben hier schon mal nehm Und dann... wenn wir alle in der dusche an wenn wir unter uns ist es das ding von eben das ist das ding von eben wie wir reingekommen sind oder gibt es noch mehr duschen das ist doch die andere ecke spannender so richtig kommen wir wieder rein ok ok warum geht denn die tür nicht wieder auf ok ok Ah! so für mich war es jetzt noch nicht so ganz vollständig dass wir hier jetzt muss noch mal eben kurz gucken erst dann kriegen wir jetzt auch mit der karte sehr fresh und das ist dann der fahrstuhl wohin jetzt nicht mehr ich lebe noch mister klar und dann dieses undankbare menschen ich will es verstehen was ist konvergenz das wissen sie da tot oder lebendig wir alle spüren die wahre bestimmung des markers wollen sie nicht wiedersehen die sie verloren haben dann helfen sie mir doch ist der tempel hat sich geweigert aber wir sind so nah dran alles was auf der jura passiert ist ist erst der anfang wenn sie es so ausdrücken können sie und die marke sich zum teufel scheren ein langsamer tod in der straße ich denke ich denke ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja den kriegen wir ja nicht kaputt ne ist das ok scheiße na genau scheiße würde ich auch sagen scheiße komm ich raus ne hier raus auch ne was machen wir mit dem dude und 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 so was haben wir denn vor mit dem gar nichts wenn wir nichts machen nur mit dem hardcore kämpfen das ist noch nicht so richtig kraftvoll was wir machen wollen hier hier steht ja was dass wir das mit ihm können Hm? Scheiße! Ah! Feigabe bestätigt. Na ja, nur jetzt auch noch mal, dass hier alles kaputt verlammert oder was? Da drüben ist aber irgendwas, dem wir irgendwie freikämen. Oder? Ist das nicht so? Okay. Ah! Oh! 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 Ai! Ist der Rad? Oh! Diggaard! Ohh! Oh! so was noch so 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 Das war's. Oder da raus. Das geht natürlich auch. Und Speise sein. Tja, ordentlich Zeug verballert. Was stand da? Konnte ich nicht so gut lesen. So, lass mal in Ruhe eben gucken, was wir ausrüsten können. Gar nichts mehr, ne? Wir haben ja alles. Leißer Flammenwerfer gerne. Was stand da? Was stand da? Bisschen komisch aktuell, ne? Lass sie drüben noch durchgehen, oder? Quartiere Energie Boah, okay Boah, okay Boah 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 und runterdessen. Ja! Dauert so lange, ne? Werde weg! Junge, 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 was ist denn das hier für ein Kram? Mal gucken, was hier sonst noch so rum liegt. Okay. Zeru. Mhm. Anzug Level 5, alter. 60 Schleifen habe ich im Moment nicht so übrig. So, aber das Ding da können wir nochmal vertickern. Mhm. Und bin ein bisschen orientierungslos, aber wir gehen ja trotzdem hier durch. Aber wenn wir hier schon nebenan stehen, können wir auch mal kurz eben noch das irgendwie investieren, den Knoten. Anzug ist vollständig, ne? Genau. So. Unser Plasma Cutter. Mhm. Hm. Kappa macht Sinn, ne? Ja. 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 Ah, na ah, na. Aus dem Cabo 4 wahrscheinlich. Okay, mehr gibt es hier aber nicht, ne? Ich muss gerade sagen, wer quatscht denn hier immer? Wir sind wahr, wir sind bei Technikabend. Was war der Auslöser, Mr. Clart? Oh, dann schwimmen wir. Man weiß es nicht. Okay, wo kann man da reinschießen? Da, oder? Ja, oder? Oh. Oh, nein. 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 Das wird ja so groß gehen, oder? Wann geht's wieder raus, oder wo? Oh, ok Oh, Gott sei Dank, komm Nice, ein Knoten So, und den müssen wir wahrscheinlich irgendwie mitnehmen, ne? Müssen wir den zurücknehmen, oder wohin müssen wir den mitnehmen? Wann das Energie fehlt? Hm Wann das Energie fehlt? Hm Wann das Energie fehlt? Hm Hingucken Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier nicht, da nicht, also es ist schon irgendwo außerhalb sein, oder? Oh, 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 oh! Was ist das? Oh Junge, ich habe ja gar nicht gesehen. Take it. Sehr fresh. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Wenn wir eine Akkolle haben. Geh doch weg. Mann, ey, was nerven die so. So, machen wir ein Päuschen, würde ich sagen. Und dann würde ich das nächste Mal natürlich weitermachen. Okay, also, bis denn, ciao.